Hätte ich gerade einen Double-Take-Down machen können. Unten. Ab ins Wasser. Ah, yeah. Okay, nur noch ein paar dahinten. Ne, ich mag die Sniper gerade so schön. Boah, hier sind noch ganz schön viele. Okay, mach einen Fortschritt. Da sind zwei zusammen. Finde ich gut. Ich bin jetzt alleine. Ah, der ist gepanzert. Der ist gepanzert. Toll, einer oben, einer unten. Moment, ich hab hier noch einen Pfeil. Der schmeckt gut. Okay, wir hatten nur noch... ...Springpfeile. Keine mehr. Ah, hier hab ich meine eine Mission verbraucht. Minen? Tja. Du Schlampe. Ich bin aber keine Schlampe. Guck mal, hier ist eine Mine. Der Moment, hey. Oh, das ist Minen-Time. Wo bist du? Hinter dir. Guck mal, Mine. Guck mal, fein, ne? Oh, shit. Ich hab mal fast bald draufgegangen. Komm mal rein. Wahnsinn. Gut, na los. Ich muss die Daten finden. Hier sind Alarmdinger. Mitkommen. Weil hier ist kein anderer, also kann ich kein Messer werfen. Mit der Mine bewaffnet. Genau. Vielleicht mit dem Bogen. Ganz sinnvoll vielleicht. Nur die Alarme deaktivieren. Dann sind wir schon auf der sicheren Seite. Danke, dass du eh nicht zum Aushalten. Wie lange müssen wir ihn hier preisen. Bitte diesen Deutsch für die Daten aus dem Computer in Gewöhn und Kunden haben. Hier sind nur zwei, glaube ich. Ich muss ja diesen Computer ran. Ah, der Computer ist nicht verkehrt. Wir müssen auf den chargen. Können wir den erledigen und dann mit dem Messer. Habt ihr. Oh, shit. Schnell, 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 schnell. Okay. Alarm ist weg. Unten sind noch welche. Wir dürfen das alles mitbekommen haben. Boah, ist das hier alles blutverschmiert. Ja, Moment. Ich muss auch erstmal hier vernünftig zielen. Und der Nächste. Ne, du. Der slidet da weg und ich soll dran glauben? Ich drehe. Oh. Guten Tag. Der Mann mit dem Bogen ist wieder da. Oh, war leider kein Takedown. Oh Gott. Ist gar nicht so schlimm. Eie, fuck, 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 fuck. Holy shit. Das ist jetzt unfair. Mann. Ich brauche mal eine Mine. Oh, das haben wir auch. Ich muss mal so ein Ding werfen. Oh, ja. Aber fies. Komm mal her. Die gleiche Masse dabei. Boah, nur so wenig. Bestimmt finde ich das Versteck des Dolchers auf dem Computer. Na, bitte. Komm, das muss wichtig sein. Vielleicht fühlt er mich zu dem Dolch. Schneller, du scheiß Ding. Hacking Alert. Fuck. Ist das ein Witz? Oh, shit. Boah, von einer Scheiß in die nächste. Boah, schnell hier weg. Boah, Luft. Oh, sehr gut. Ich sehe, keine Luftanzeige ist das Problem. Da sollten wir jede Flasche neben mir befinden. Ja, voll. Oh, shit. Strom und Wasser ist eben. Gute Idee. Das wird nicht lange halten. Bis dann könnten wir raus sein. Komm schon, schneller. Na, geil. So schnell geht's. Fuck, wo lang? Hier runter. Boah, wo kommt der denn her? Leertaste? Ist der hier schnell drücken? Oh, nee. Voll in die Fresse. Geht doch. Der ist nämlich ganz schön viel Luft gekostet, glaube ich. Muss hier so überall rumliegen? Wo nimmt er die Flaschen eigentlich mit? Ist wahrscheinlich nur ein Atemzug drin. Zum Glück ist hier alles offen. Ich glaube, das ist so verschwommen an der Sicht, dass wir so weniger Luft haben. Würde ich jetzt spontan mal sagen. Boah, geht's auch. Boah, geht's auch. Das war knapp. Oh, da ist er ja. Oh. Chase. Raus aus den Federn. Na, komm. Ja, der Wald ist schön dunkel und tief. Aber steh endlich auf. Na los. Na bitte. Hast du meinen Schatz schon? Er war nicht auf dem Boot. Oh. Chase. Keith wird das aber gar nicht freuen. Es ging ihm nicht gut, als ich ihn zuletzt sah. Warum sagst du mir das? Ich weiß nicht. Konversation, mein lieber Unterhaltung. War da nicht auch ein Kompass? Exzellent, sehr gut. Die Daten sagen, folge dem Kompass. Oh, danke für die Hilfe. Jederzeit. Nun, den Rest kriegst du sicher allein hin. Keith braucht mich. Okay? Adios. Und dann sind wir raus. Ein Stück Vergangenheit. Uncharted Far Cry Edition. Gucken, was hier so ist. Nix, nix, nix. Hier in der Maus so schön. 2000 Erfahrung. Fähigkeit zum Punkt. Was nehmen wir denn? Sehr gut. Vier Gesundheitsfälle ist gar nicht mehr so übel. Hier ist ein Lager in der Nähe, glaube ich. Ja. Nehmen wir direkt auseinander. Endorphinboost. Was macht denn der Boost? Endorphine machen happy. Da. Stimuliert Endorphin. Endohihi. Endorphin. Mein Gott, ich kann nicht lesen. Endorphinproduktion. Zwei grüne Blätter. Ich brauche Munition. Und ich brauche Medizin. Überall Monketer. Ja. Und wenn er pisst, brennt es wie Feuer. Da wurde er gestochen. Was ist denn jetzt los? Ach, böse. Geißer. Kann ich nicht mehr ausmachen. Oh mein Gott. Dann bin ich komplett niedergeboxt. Ja, das war erfolgreich. Mann. Kann nicht wahr sein. Nochmal. Diesmal renne ich direkt ein. Schieß dann mit dem Raketenwerfer rein und dann passt das. Ich muss aber trotzdem von der anderen Seite kommen. Muss direkt den Alarm ausschalten. Oh, fuck. Der dürfte mich gesehen haben gerade. Scheiß Köter. Bleib bloß still. So, rein schießen und hin. Das ist sogar ein Bär. Okay, der Alarm ist kaputt. So geht's auch. Oh, toll. Können die den anderen auch mal drücken oder was? Scheiße, nimm mir die Sniper. Immer mit der Ruhe. Aber wo kommt die Verstärkung? Wie viele sind das? Da sind die. Sind noch gar nicht so viele. Ein paar. Die, die immer draufstimmen, sind am lustigsten. Okay, so viel dazu. Oh, wie viele sind das? Die kommen auch noch von hier. So. Viel Spaß damit. Ja, voll. Wie der noch lebt. Scheiße. Mein Gott, Koki. Eben, Schottkamm. Hier. Steht er uns am Schrein. I need a grünen Blätter. Wo ist er? Mein Gott, noch mehr. Immer noch ein Idiot. Der Schreichen ist. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bisschen viele. Alter, sind die bekloppt. Wie viele kommen denn da noch? Boah, komm schon. Nicht verrecken. Okay, ganz schnell. Ganz schnell Kuh drücken. Okay. Oh, nur so ein Stang. Da lebt er mir immer noch. Okay, ich hau ab. Okay. Puh. Das war ein hartes Stück Arbeit. Aber das hätten wir. Boah, diese Springsätze sind cool. Können eine Menge Schaden mitmachen. Neue Aufträge sind hier verfügbar. Wieder ein Fertigkeitspunkt. Oder Fähigkeitspunkt. Zwei Stück sogar. Hm. Hm. Äh, ich benutze die Spritzen eh kaum. Ja, das finde ich gut. Ja, das ist okay. Weniger Brandschaden. Wann sollen wir denn hier töten? Im alten Bunker. Mit einem Messer. Okay. Da mal hin.